Was hast du gesagt? Die Schüler sind hier eigentlich. Einer nur oder wie? Das ist keine Nacht, in der man sich mit mir anlegen sollte. Ne. So. Haben wir dich. Und dich nehmen wir mal. Komm her. Ist da eigentlich noch jemand gewesen? Tschüss. Ja. Wie lange kommt er? Okay. Nein. Scheiße. Lasst mich hin. Dann sei ruhig. Da ist jemand in den Schatten. Wachen. Hetzmaul. Aber kommt keiner, ne? Aber wirklich verstecken kann man die hier nicht, wenn die hier einfach nur hinwirft. Aber ist ja egal. Das ist voll. Ich weiß nicht, ob da noch jemand irgendwo ist. Deswegen vorsichtig. Free Dival. Hier ist ja keiner mehr. Okay. Was haben wir hier noch? Können wir uns verstecken. Jetzt haben wir Besteck. Nahrung. Okay. Hier ist ja gar keiner. Deswegen können wir mal alles durchsuchen. Ich habe alle ausgenappt. So. Hier haben wir noch was. Zack. Zack. Okay. Ist hier irgendwie noch was? Ups. Drücke mal falsch. Ne. Da war noch was. Hier. Ah, da. Guck. Zack. Das ist noch meins. Nahrung. Bringt aber nix. Ich schaue mal durch. Einer meiner Zähne. Irgendwo ist da jemand. Aber wo? Da oben ist jemand. Boah, ist das schlimm. Sollst nur Tür aufmachen. Der Typ ist da. Verdammt kalt heute Nacht. Ist da noch jemand? Da ist keiner. Das ist auch keiner. Licht aus. Zack. Da liegt irgendwas. Aber. Will ich gerade nicht. Das kommt als nächstes. Ich könnte ihn ja da runterlocken. Das ist sehr seltsam. So. Ups. Toll. Oh, verdammt. Gar nix. Ich werde überall nachsehen. Du entkommst mir nicht. Dieser scheiß Vogel, ne? Ich höre einen Eindringling. Ich hab nix gemacht. Tschüss. Ich werde überall nachsehen. Du entkommst mir nicht. Ich werde dann dauernd erwischt. Haha. Aber irgendwie bringt es doch Spaß. Wenn man erwischt wird. Keine Ahnung, wo lang der jetzt geht. Na? Boah. Steht ja immer noch. Kommst du mal hier ein bisschen lang? Achso, jetzt geht er oben wieder lang. Naja. Was ist das denn hier? Hier hätte ich mich auch einstecken können. Okay. Na gut. Also, wie viele Wachen sind hier gar nicht drin. Okay. Licht aus. Das sieht nicht weh. Tut mir einfach mit den Fingern das Licht aus. Na, was haben wir hier drin? Hm. Da ist nix. Ich glaub, hier ist ein Geheimgang mit beiden, ne? Ups. Falsch gedrückt. So. Oder ist das hier der Ausgang? Kann sein. Ja, hier geht's raus. Wo wir durchgekommen sind. So. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Na, der hängt ja immer noch oben. Guck mal, das ist noch nicht hier. Da oben ist er. Irgendwie rede ich grad vor, wo ich aber... Wieso nicht? Hoffentlich ist da niemand drin. Ich denke mal, da kommt jetzt grad niemand. Der Mistkerl meiner Armbrust noch mal als Türpuffer benutzt. Ach ja. Findest du? So. Sack. Licht aus. Wir brauchen kein Licht an. Ach, halt zum Auto. Scheiß, Vogel. Kann ich die zum Schlafen bringen? Schlaf gut. So. Was haben wir hier denn? Ein Brief. Madeleines Brief. Ist aber nix weiter, ne? Ne. Ich hätte ihn hier mal irgendwie reinloggen sollen. Zu spät. Wir müssen nach oben. Wir müssen nach oben. So. Ich werde krank. Na du? Das spüre ich. Wer wirst du? Ach, du arm ist Tuff, Tuff. Das ist mir gar nicht leid. Ich will ihn aussnocken. Der tut der Rücken weh. Ich will dich aussnocken. Ja, das ist auch geil. Du hängst vor ihm rum und dann passiert das nix. Ähm, her damit. Das ist meins. Zack. Falsch gedrückt. So. Was haben wir hier? Wahrscheinlich gar keiner drin. Ist da jemand? Hier drin ist also irgendwo ein geheimer Eingang? Jedenfalls habe ich den Meister schon oft hier reingehen sehen. Und als ich nach ihm sah, war der Raum leer. Habt ihr ihm denn nie nachspioniert? Natürlich nicht. Das steht mir nicht zu. Kommt schon, Mutter Mulberry. Ihr redet, als wärt ihr ne Adlige. Wenn ihr dann fertig seid, ich muss weiterpacken. Schon gut, schon gut. Macht nun. Ich sehe mir den Raum mal an. Geheimer Eingang? Der kommt wie gerufen. Hm. Mir tut der Rücken weh. Ja, Heuloch. Euer Meister Eastwick hat was zu verbergen. Sonst würde er sich nicht in seinem Zimmer einschließen. Ich verstehe auch nicht, warum er sich der Wache widersetzt. Hauptsache, der kommt jetzt nicht zu mir gleich. Ich brauche was zu trinken. Okay, hau ab. Ich hätte auf das Bücherregal getippt. Hä? Wer war das? Geh schon, sieh dich um. Ja, ja. Zack. Und hat die das mitgekriegt? In den Schatten ist jemand. Wachen! Komm her. Ich verrate euch nicht, versprochen. Ja, dann schrei nicht rum. Selber schuld. Ach, der kann ja hochkledern. Achso. Aber hier kommt auf jeden Fall keiner. Du Rabe als Maul da. Habe ich gar nicht gesehen gehabt eben. So, Tür zu. Brauchen keine offene Tür. So, jetzt können wir uns hier frei bewegen erstmal. Sind ja alle ausgenockt. Hey, her mit deiner Kohle. Meins? Hast du noch mehr? Nee. Nee, nee, hat er nicht. Meins. Da ist das Ding. Dann wollen wir hier mal durch. Ah, da war der Knopf. Zack. Hauptsache, da ist jetzt nicht jemand hinter. Das wäre nicht gut. Nee. Dann speichern wir hier. Zack. So. Okay. Was ist das denn? Hm. Nach unten oder nach oben? Wohin müssen wir. Geh mal. Yay. Ein Fahrstuhl. Ich glaube, wir mussten nach oben. Kann das sein? Ich glaube ja. Ich glaube, wir fahren gerade falsche Richtung. Ja. Tun wir auch. Den weit kippen wir es noch. Okay. Wir müssen nach oben. Weitere Richtung gefahren. Passiert mal. Scheiße, ey. Jo, 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 jo. Jetzt fahren wir richtig. Aber wir halten wahrscheinlich eh nochmal hier. Nee, doch nicht. Jetzt mal fällt da nach ganz oben. Okay. Okay. Wo muss man denn den Haus stellen? Genau, oder? Oder? Von dem Bein. Was hat Eastwick hier oben gemacht? Den Anblick seiner einstürzenden Werke genossen? Ja, ich muss ihn leider dabei stören. Ich brauche diese Pläne. Hm. Ist hier jemand? Okay, da ist ein Knopf. Der hier. Das erklärt seine mangelnde Kooperation. Erst Cornelius, jetzt Eastwick. Mit dem Baron Geschäfte zu machen, ist wohl schlecht für die Gesundheit. Gebaumelt hätte er so oder so. Da will jemand durch. Theodor Eastwick, Diener des Löwen. Auf Befehl des Barons Elias Northcrest, habt ihr euch seinen Wachen zu stellen? Nö. Boah, ich habe ja gar nichts hier mehr. Na gut. So. Dann nehme ich irgendwas fein lassen. Hast du das gehört? Wir wissen, ihr seid da drin, Eastwick. Warte hier. Ich glaube, der Schildmann kommt. Nein. Glaub. Das ist meins. Wir müssen hier hin. Oder? Ach, guck mal da. Das ist das. Zack. Ach, nö, nicht schuldig. Meister Eastwick. Es wäre einfacher, wenn ihr euch freiwillig stellt. Hm. Da ist der Knopf. Zack. Und wo ist das andere? Ähm. Da. Wow. Heftig. Dich. Ja, nö, ist klar. Du warst wohl selbst der größte Bewunderer deiner Werke. Löse das Rätsel. Nö, ist klar. Der Bergfried. Das ist das Modell, das mich interessiert. Ich muss wohl damit spielen. Das Modell aufstellen wie das Gebäude. Bevor das Gebäude einstürzt. Okay. Bevor das Gebäude einstürzt. Aha. Meister Eastwick. Das ist schmachfaltig. Öffne die Tür. Obwohl. So. 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 Hm. Hauptsache, die kommen ja irgendwie nicht rein. Okay. Chofe. So. 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 Das war's. Das war's.